Wenn man in der Früh im Finstern herkommt, man sieht die Steuerkrauchen, da ist sicher ein Freitag, wenn man darin arbeiten darf. Die Füßt-Alpine stellt sehr viele Möglichkeiten für die Lehre mit Naturreuer und unterstützt auch zum Beispiel vor der Prüfung, da kommt man zwei Wochen frei. Die Füßt-Alpine setzt sehr viel auf Pünktlichkeit, man muss verlässlich sein, teamfähig sein, soziale Aspekte haben, zum Beispiel hilfsbereit, freundlich sein und nicht abwärten wirken, auf jeden Fall. Die Lehre und die Füßt-Alpine sind einen hohen Stellenwert, wir büden ca. 80% unserer Facharbeiter selber aus. Wir haben mittlerweile schon über 13.000 Lehrlinge ausgebildet da in Linz. Momentan haben wir 515 Lehrlinge in 20 verschiedenen Berufen. Das ist der Anfang vom Modellbau, über Formen und Gießen, bis hin zur Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbautechnik. Unbedingt die Schnuppertage nutzen bei uns, das dauern zwei Tage, ein Tag sind wir im Metallbereich, ein Tag sind wir im Elektrobereich. Da fällt die Entscheidung nach und nach schon leichter und der Tag der offenen Türen, was wir immer so im Oktober machen, da ist es auch ganz gut, wenn Sie kommen und sich anschauen, welche Berufe haben wir, was, wer, was, wo sehen Sie sich, wo finden Sie sich. Ich war gleich am Anfang einmal schnuppern, das hat mir auch viel gefallen. Natürlich waren alle voll nett zu mir und ich habe schon eigentlich während dem Schnuppern schon ziemlich viel gelernt. Es hat eigentlich auch jeder zu mir gesagt, die Ausbildung ist super, wo ich mich dann auch selber davon überzeugen können habe. Es ist einfach das Arbeitsklima bei uns, ich habe jetzt in meiner Abteilung auch, wo ich jetzt dann anfangen werde, ziemlich gut, ich kenne schon ziemlich Uli, bin jetzt eigentlich erst zwei Monate dort, verstehe mich mit Uli schon voll gut und freizeitmäßig eigentlich passt es auch, weil ich kann mit meinen Arbeitskollegen auch mal vorgehen oder so, das ist alles voll cool, gefällt mir voll. Ein super Vorteil ist einmal, wir haben einfach Zeit in der Lehrwerkstatt, dass wir das lernen und bis wir es können und auch wenn wir einmal einen zweiten Versuch brauchen, ist es jetzt auch keine Tragik nicht. Und es wird uns einfach super erklärt und dadurch haben wir sicher einen Vorteil gegen andere. Ja, die Füße der Albine hat einmal sicher einen sehr guten Ruf allgemein und dadurch habe ich mir auch gedacht, ja, das wäre Fästeuerinnen und ja, dann habe ich es probiert, dass ich reinkomme und ich habe es nicht bereut. Ja, die Füße der Albine hat einmal sicher, ich habe es nicht bereut. Vielen Dank.